Ich bin Mario Salani und ich gewinne das Shortcut to the Top 2016. Was erzählst du denn hier? Was wollen wir den Leuten hier weismachen? Ich meine, ich finde das okay. Hier das schöne Setup, Shotgun. Die wollen immer ein bisschen dir das Gefühl geben, dass du oben mitspielen kannst. Mal ein bisschen Luft schnuppern, wie siehst du mit den großen Jungs im Ring zu stehen, ne? Man, Digga, komm, jetzt mal ehrlich. Walter, was denkst du eigentlich wer du bist? Nur weil du im Kopf größer bist als ich und 20 Kilo mehr Fett auf deinen Rippen hast? Meinst du, ich kann dich nicht über das Seil werfen oder was? Nein, ich glaube nicht. Das ist Bullshit! Wie viel wiegst du? 140, 150 Kilo? Mit deinem Körpergewicht mache ich Squats? 20 Wiederholungen! Drei Sätze! Von mir aus kann jeder beim Shortcut to the Top Match dein Kaliber haben. Und ich würde sie alle aus dem Ring werfen. Große Worte von dem jungen Kerl, ganz ehrlich. Aber an den, an den wir sich noch verschlucken. Denn der Gewinner von Shortcut to the Top, der steht vor euch. big daddy Walter! Untertitelung des ZDF, 2020